hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hofbergmann reloaded ja lange lange ist sehr dass die letzte folge kam ich würde sagen jetzt wird es zeit dass wir hier mal weitermachen ja hab auch schon ein bisschen was vorbereitet also ist ja nicht so dass ich gar nichts gemacht habe stehen blieben waren wir ja bei den aufzuchtstationen hauptsächlich also für die schweinchen und für die lämmer das haben wir ja vorbereitet wo die schweine und die lämmer haben in der zeit meiner abwesenheit glücklicherweise fleißig nachwuchs produziert jawohl so jetzt muss ich bloß gucken wie ich das am besten mache weil das ist immer ein bisschen gefährlicher mit der tür ich hoffe die passen alle auf den anhänger drauf ich habe schon wieder tür hinter mir aufgehen gehört ich hoffe der spiel sound ist jetzt auch nicht zu laut ich glaube doch er ist ein bisschen sehr laut da habe ich nämlich dann rumgefummelt ja jetzt moment wo haben wir es denn machen wir mal auf 30 mal mal gucken ja ich glaube so ist besser oder also ob das gut geht hier sind sieben kisten eigentlich bräuchte macht weil 20 ferkelchen passen in jede also in jeden aufzucht stall quasi sind ja zwei auf dem gelände aber jetzt haben wir halt bloß sieben ich denke es wird auch so gehen ja ansonsten habe ich ja schon wieder ein paar live streams gemacht bei der hof bergmann hat sich auch ein bisschen was geändert das haben wir euch auch schon in den streams gezeigt mach ich natürlich auch noch mal im laufe des let's place so wieso ist die denn jetzt rausgerutscht die kriege ich doch jetzt da nicht mehr rein natürlich nicht halt auch kommt schon gut festhalten jungs und mädels so und jetzt schnell die spanngurte drum zack einmal frei na das ist doch wieder ladungssicherung par excellence würde ich sagen ja es geht schon ist ja nicht so weit gott sei dank ja ja da hört ihr mal wie die sich jetzt freue über den kleinen ausflug hier ja ich habe mich auch übrigens dazu breitschlagen lassen weil ja doch sehr viele angefragt haben wegen einem tutorial wie man denn ein paar sachen übernimmt vom alten spielstand also wenn dann die hof bergmann in der version 1005 herauskommt ich weiß dass er einige sagen oder ich weiß zumindest von einem dass er gesagt hat ja er hat noch nie einen neuen spielstand angefangen und es läuft alles super kann ich so nicht ganz glauben weil zumindest es ist überall bei den neuen gebäuden gras wo keins sein soll jetzt wollte ich gerade sagen wieso sind meine ferkelchen jetzt stumm so ach ne ist noch alles gut da ja wie gesagt da werde ich also für euch ein kleines tutorial machen ich weiß da haben ja viel schon einige stunden in den spielstand investiert ja so funktioniert übrigens hier das bestücken mit den ferkeln wir nehmen eine box und werfen sie liebevoll aber mit nachdruck hier in diese bucht rein nein ihr könnt ihr natürlich auch nehmen und hier rein laufen so und da seht ihr schon da erscheinen die kleinen ferkelchen nicht wundern jetzt weil die ferkelchen hier in der bucht ein anderes modell sind als die in meiner box die sind noch das alte modell ach so es sind ja schon vier gell ja natürlich 20 jungtiere ja ja so da seht ihr das jetzt machen wir hier wieder zu ja tierbestand ferkel sucht 20 jungtiere alttiere haben wir natürlich noch keine das sauert ein bisschen das hier hatten wir ja vorbereitet also einmal hier die ferkelmilch und ferkelfutter da hat sich auch was geändert das kann ich euch jetzt auch gerade zeigen das passt wunderbar und zwar finden wir das hier im shop unter map additional da gab es ja vorher nur für die schafe hier für die aufzucht oder auch für die normalen schafe die milch produzieren zum füttern hier diese kleinen säcke 50 liter dann haben wir die ferkelmilch die haben wir auch schon hergestellt so und da gibt es jetzt neu ferkelfutter und den sheep mix also das schaffutter als big bag jawohl auch die big bags wurden ein bisschen überarbeitet die hat der andy nämlich aufgehübscht die sehen jetzt noch besser aus ja und da seht ihr eben da haben wir jetzt die 600 liter big bags wenn ihr sagt ihr möchtet es nicht mit den kleinen säcken hier machen mit den 50 liter dann geht es jetzt auch mit diesen big bags sind sie nicht putzig so und genau das gleiche machen wir natürlich jetzt auch auf der anderen seite und da ich habe ich ja die aufzucht stationen schon mal gezeigt vielleicht sieht man es dann besser oh ja rotlicht und gott ist damit auf der anderen seite ganz vergessen das müssen wir natürlich noch anmachen futter und milch habe sie ja und wenn wir dann die erwachsenen schweine haben ist die entnahme hier sieht man sieht es ja hier an dem symbol ganz gut einmal schön vorsichtig nichts passiert alles gut schnell einschmeißen in die bucht so die sind auch gut untergebracht ja hier ist nicht eingestreut man sieht es ja das sind spalten böden hier drin bei die schafe brauchen wir also die haben ja ein strohbettchen bei der lämmer aufzucht jetzt machen wir auch zu dass die kleinen krank werden ja der pferd hier ist ja eben für das zwischenparken quasi von den erwachsenen schweinen so ja und da hat die produktion schon angefangen quasi die zucht da ist jetzt das erste erwachsene schweine schon aufgetaucht das können wir aber noch nicht rausnehmen ihr seht ja unten in der anzeige ausgewachsene tiere schweine 0 von 20 auch hier es ist jetzt ein jungtier abgezogen worden und es befindet sich quasi ein alttier in produktion in aufzucht es wächst gerade so machen wir aus rotlicht an da machen wir zu dann fahren wir das wieder auf den hof zurück ja ansonsten habe ich definitiv ich glaube hier machen auch besser zu nicht dass ich da unbefugte an meinen ferkelchen zu schaffen machen und mir nur welche rausklauen auf dem hof habe ich auch noch einiges an arbeit also ich kann euch jetzt mal gucken wir mal unseren tierbestand an ja wir haben 50 kühe auf dem hof 33 schweine haben im stall auf der weide habe ich jetzt noch keine kühe da habe ich noch nicht angefangen damit ich wollte mal hier mit der milchproduktion starten ihr seht schon da haben wir auch schon wieder fast 16.000 liter die butterproduktion ist angelaufen was der käse macht da muss ich jetzt mal gucken ich glaube ich habe noch kein lab gekauft und ich habe auch noch nicht aufgefüllt meine ich ich muss auch sagen ich vernachlässige gerade ein bisschen der buche weil ich gerade sehr gern mit dem quad unterwegs bin da könnt ihr mal gucken also wenn ihr das haben wollt ich muss sagen es fährt sich echt gut es rutscht man ist relativ flott damit unterwegs und man kann so ziemlich alles anhängen ich konnte sogar mal ein bescheißerchen dranhängen ja trotz sapfälle also da könnt ihr mal gucken einfach im google eingeben jetzt muss ich gerade selber suchen ich glaube es war unter genau gebt einfach im google ein can mls 17 und da müsst ihr eigentlich dann schon ein download link finden so gucken wir mal wie geht es den hühner nach kippen ja dem geht es wunderbar sieben hühner haben auch schon wieder die eigene nachzucht das ist wunderbar also es läuft es kommt so langsam alles wieder in schwung ja ich hatte ja diesen spielstand auch schon geschrieben kevin da kann man ja so in leichte finanzielle schwierigkeiten was mich dazu veranlasst hat dass ich mich dann leider gottes vom glas getrennt habe wir hatten ja so ein kleines schlepper die entscheidung fiel mir nicht leicht aber da der wirklich schlechte bremsen hatte musste der leider gehen jetzt habe ich auch keine silage mehr das heißt ich muss unbedingt silage machen weil sonst kann ich hier kein futter mehr für die kühe mischen alle die mischen mischen allerdings gibt es hier jetzt auch eine neuerung ja und zwar haben wir hier diesen ja dieses dieses neue silo ihr seht schon am symbol für die für das mischfutter von den kühen und da könnte man jetzt theoretisch auch kaufen da brauchen wir nämlich bloß dran laufen so und dann könnte man jetzt umschalten auf kaufen momentan ist es eingestellt auf lagerbestand das heißt wenn was drin wäre ihr seht die anzeige hier ist ausgeblendert ist also leer dann könnte man das hier entnehmen oder wenn es halt jetzt wirklich komplett ausgeht also bevor mir die kühe verhungern da müsste ich halt hier kaufen und das geht dann wenn die klappe zu ist also wenn ich jetzt mit dem hänger drunter fahr dann kaufe ich mischfutter und genau das gleiche könnten wir auch bei die schweine machen da läuft die futter produktion allerdings schon ein bisschen was haben wir drin können wir jetzt auch gleich mal gucken ich glaube die kühe waren ja satt geld naja das reicht noch dann können wir es nämlich schon mal hier einladen und da braucht man immer zum oberen silo da hochfahren so da fahren jetzt einfach hin zum einladen vorn dran das reicht schon kippen das hier ab so und wenn wir jetzt auf die anzeige gucken haben wir 5999 liter mischfutter für die kühe da drin und dann würde ich sagen wobei ich nehme den jetzt mal mit bei den habe ich ja immer ist auch toll der den habe ich immer zum ausmisten und so füttern super das können wir hier auch gleich machen dann ist es nämlich auch schon mal erledigt jawohl na mädels wie sieht es aus bei euch alles gut ja dann bin ich ja zufrieden ja und ihr wisst ja den mist schmeiße ich immer erst in der kompost master bis der voll ist ich denke mal der rest wird dann in die bga wandern so so So, dann stellen wir den jetzt mal wieder auf die Seite und dann gehen wir noch schnell zu den Schweinen. Da haben wir nämlich genau das gleiche Silo bekommen, also für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ich zeige euch das nochmal schnell. Oh, aha, die bremsen. Den lassen wir jetzt einfach mal dastehen. So, tadaa. Und da haben wir das gleiche nochmal, allerdings für das Schweinefutter. Prinzip genau gleich, ihr seht, hier habe ich schon mal 20.000 Liter gebunkert für die Schweinchen. Und da könnte ich eben jetzt auch umstellen, wenn ich dran laufe, auf kaufen. Dann ist nämlich die Klappe zu und wenn man jetzt dran fährt, dann kann man hier Schweinefutter kaufen. Machen wir wieder auf, wir wollen ja eigenes produzieren und einlagern. Gut, dann würde ich sagen, ja, das soll es gewesen sein. Für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.